Hi, wir sind Laura und Fritz von Nord-Ostsee Automobil und wir zeigen euch heute ein richtig schickes und smartes Auto und zwar den Hyundai IONIQ 5. Einige unserer Kundinnen und Kunden haben immer noch das Gefühl, dass Elektroautos ein bisschen aussehen wie Raumschiffe oder wie keine richtigen Autos. Klar, so ein V8 hat schon was, aber mit dem Hyundai IONIQ 5 haben wir euch das metallgewordene Gegenbeispiel mitgebracht. Klare Linienführung, 19 Zoll Felgen und mein persönliches Highlight, die Scheinwerfer in 256 Pixel Optik. Den Hyundai IONIQ 5 könnt ihr euch in einem unserer Hyundai Center anschauen. Wo genau diese sich befinden, seht ihr hier auf unserer Center-Karte. Und zum Schluss noch die Frage an euch, wie gefällt euch das Design des Hyundai IONIQ 5? Schreibt es uns in die Kommentare. Tschüss, bis bald!